Ja Leute, was geht? Und jetzt geht weiter mit Black Mirror. Äh, ja, machen weiter. Wir gehen jetzt hier runter. Angus hat den Schlüssel. Es sei denn, wir kommen anders rein. Kürzt auch aktualisiert. Nein, doch nicht. Okay. Rory ist ja nicht gerade der ordentlichste. Ja, es ist natürlich im letzten Fall ist Elsa gestorben. Das heißt, die Geheimnisse, was hat sie getötet? Ich meine, vielleicht wusste sie zu viel. Können wir rausgehen vor die Tür? Ja. Jetzt steht ja der Werkzeugkasten noch. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Okay. Alles in Ordnung? Hab dich! Hört auf rumzualbern! Komm mit mir! Ich komm ja gleich hinein. Ich will nur noch ein bisschen... Das war keine Bitte, Mädchen! Keine Sorge. Alles wird gut. Was passiert nur mit mir? David? Ist alles in Ordnung? Beeilen wir uns. Okay, der Werkzeugkasten ist nicht hier. Doch, ist er. Die Bewohner des Hauses sind nicht sehr redefreudig. Nicht einmal, wenn ich tatsächlich eine Frage an sie habe. Oh, die Tür operiert. Du bist der Beste. Ich will dann einfach nach unten gehen, ne? Ich meine, wir haben schon zwei Sachen zerstört. Jetzt haben wir den Schreibtisch im letzten Kapitel zerstört. Und jetzt haben wir den vorigen Kloster. In zwei Kapitel haben wir den vorigen Kloster zerstört. Im Ernst ist eine. Das war eine andere. Dann gehen wir zum See. Oh, atemberaubend. Das ist ja atemberaubend. Das ist... so hübsch wie seltsam sehen sie sich das mal an das sollte dem fall das gibt es da sie bilden einen perfekten kreis das kann kein zufall sein sieht aus als fehler einer der steine schwer genug um sich damit hinabziehen zu lassen so eine rosa habe ich noch nie gesehen ich schon der gärtner rory er hat welche davon im gewächshaus jeder davon trägt eine inschrift wir müssen die leiche des hausmädchens im keller untersuchen um ihren mörder zu finden um sicherzustellen dass es mord war bevor wir jemanden beschuldigen gut ich habe gewartet tief gut machen wir sieht auch voll cool aus vom weiten gut dann gehen wir mal einen rory ist er weg rosen das ist eine ungewöhnliche rose so eine habe ich am seeufer liegen sehen die war von mir eine blume für die blume von starr an du sessi meine tante die sind für sie ich züchtete sie für sie sie liebte die rosen sessi aber nicht die roten erinnerten sie am blut weißt du verzeihung aber wäre es nicht passender sie ihr aufs grab zu legen wieso da ist sie doch gar nicht junge dort ruht sie nicht und ich halte nicht viel von eurem modernen gott was ist ihr zugestoßen was ist das ja zugestoßen rory ich möchte keine alten wunden aufreißen junge die steine am seeufer sind mit seltsamen zeichen versehen runen ei ich bin wohl etwas altmodisch ich mag die alten sitten ein aberglaube wird nicht vernünftiger nur weil man schon lange daran glaubt denk darüber besser noch mal nach deine kostbare wissenschaft kennt nicht alle antworten mädchen darf ich ein paar rosen haben rory ich möchte sie auf sessilias grab legen was bedeutet sie dir du kanntest sie nicht das stimmt aber sie gehört zur familie und vater sprach immer so liebevoll von ihr er lächelte sogar wenn er erzählte wie er als kind mit ihr im garten gespielt hat hat er das ja ja das ist gut zu wissen ich müsste noch welche im gewächshaus haben wir unterhalten uns später rory ei da bin ich sicher junge rory ist irgendwie auch voll nett also gut gehen wir gehen ich weiß halt noch nicht wie wir die tür auf bekommen sollen wir können natürlich alles sehr zu stören aber bedauere mädchen aber du kannst hier nicht rein das darf nur die familie warten sie mal nein schon gut ich verstehe das gehen sie vor und ich warte hier wenn es sein muss immer nach tradition ich weiß es sieht nicht aus als hätte ich einen grünen daumen alles gut können sie mir von sessilier erzählen wie war sie so sie war ein liebes mädchen aber sie hatte mehr als genug probleme großvater edward ganz genau junge sie sagten sie läge nicht in ihrem grab ei sagte ich ist sie ertrunken ist sie hat sich umgebracht ihre leiche fand man nie mir bleiben nur noch erinnerungen und die sind nicht mehr das was sie waren und das dort sind das ei cecilias hoß die sind wunderschön das finde ich auch sonst scheint hier allerdings nichts zu wachsen muss sie wirklich gerne gehabt haben wollen sie noch mehr schlösser aufbrechen junge wie kommst du da raus das ist wundervoll cecilia hat das gemacht das hat sie ei für mich das mädchen muss sich die finger blutig gestochen haben an den dornen wissen sie was das namens gordon nicht wird nicht habe die und wenn sie in wird es ist wundervt also gut man kann doch in spielstädter sterben das war ganz kurz was du mal kann ich speichern gut das war ja das ist das namens gar nicht würdig aber wenn ich hier stehe erwischt er mich nicht okay im moment muss ich ihn austricksen jetzt zum beispiel fuck bin tot ach so aber der sieht mich nicht ach so warum kann er mich das gibt doch gar keinen sinn wie kann mich der killen der edward hey edward wieso töten sie mich dauernd das macht man nicht ah gut dann müssen wir es noch mal machen warte ist noch mal es ist es ist wunderschön wunderschön wie heute ne komm noch aha das ist noch mal berühre es wieso will edward mich töten wieso kann er mich töten oder wieso will er mich töten ja was das das zu versprenge ich jetzt mal ganz kurz haben wir schon gesehen so hätte er schlau gewesen ich vorher vielleicht genau um das namen ja fort von ihr du weigling fechling für mich zu 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 ich weiß nicht genau was ich machen soll das ist mir nicht was ich erwischt habe mal dieses tschüss ich weiß ja ein bisschen blöde solche sachen zu erwischen weil das spiel sind genau anerkennt was ich jetzt sind es gibt es jetzt da sind das alles und das geht ja wow weil es nicht geht weil ich irgendwie falsch stehe auch kommen kann das spiel sich einfach annehmen weißt du von sich aus sagen ja warum das spiel sich hier bitte ganz genau und präzise bin das problem ist überspringen kann das ist total blöde weil du du musst halt so ganz schnell drücken und wenn du einmal zu viel überspringen sind halb text schon ist das bescheuert ich will ja nicht überspringen was man mal oder wenn ich dann dafür nicht man drückt x um die text überspringen wenn ich doppel ich zurück im text übersprungen machen wir das jetzt noch mal weil die steuerung ist sowas von bescheuert ja ich weiß es ist sowas von bescheuert manchmal tut mir leid aber ich finde die steuerung aber noch ein bisschen ein bisschen warum muss man ja ich die komischen kriegt wenn so also einbauen ich meine man konnte ihn da in der kohlein aussterben es war leid aus sich so blöd gemacht das ist irgendwie der käse noch mal machen wie ein text aufweist oder den bräuch bestimmt irgendwann ich kann jetzt nicht alle text überspringen das will ich auch gar nicht warum ich jetzt ist eine story eine coole story und so das namens gordon nicht würdig da muss jetzt ganz genau ja fahrfeier du feigling kann ich speichern an verstehe aber nicht warum ich nicht sterbe wenn er sattelt hat ihr das wort unfruchtbar in den arm gerätzt was für ein monster ok aber er merkt uns nicht in dem moment wo er ok verschwinde wer ist diese alte frau es gehört mut dazu edward so die stirn zu bieten die gartenschere die edward benutzt hat landete in dieser ecke sie haben mich belohnen sie alle waa ba was zum teufel was zum teufel was zum teufel was zum teufel Tinnitus! Tinnitus-Spiel! Das konnte ich nicht sehen. Sie haben gebrüllt und das Mädchen kam rein, um nachzusehen, was los ist. Sie wollte sie beruhigen, aber sie sind auf sie losgegangen. Alte Frau. Da war eine alte Frau. Sie trug ein langes fließendes Kleid und klang stark und entschlossen. Klingt nach Rosemary. Sie war Lady Margarets Mutter. Unfurchtbar. Konnte Cecilia keine Kinder bekommen? War Großvater Edward darüber erzürnt? Sie scheinen einiges zu sehen, Junge. So einiges. Es lag nicht an ihr, es war ihr Mann. Er war das Problem, konnte nicht. Sie verstehen? Ich glaube schon, ja. Ei, tja. Edward gab Cecilia die Schuld, dafür den falschen Mann gewählt zu haben. Das wird schon wieder, Junge. Du brauchst nur ein bisschen frische Luft. Dieser Ort kann einem nahe gehen. Also... Also... Also sind wir... Wir hätten sie fast getötet. Ach du Scheiße. Wir hätten sie fast getötet. Also... Naja, aber... Hätten wir? Hier... Ich seh den Flugkommand da echt in anderen Augen. Weißt du... Steht man auf, wieso die Gordensätze jetzt zu... Solche Menschen werden? Puh... Verspeichern wir? Ja, aber ich weiß nicht. Also... Ich finde es mal von der Steuerung etwas verwehrend, weil... Du manchmal so richtig präzise auf die Kamera halten musst, sonst macht er es nicht. Versteht ihr, mein... Ja, ich fand das damals mit dem Maus die Clique sehr viel schöner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß ich nicht, wie du das ist voll modern, aber ich fand das damals... Wo man schon mit der Maus gespielt hat. Wo man nur geklickt hat. Ich fand es schöner und hätte mir Black Mirror... Lassen sollen. Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Black Mirror. Alter, wir haben wieder was erfahren und wieder nichts erfahren. Also wenn wir... Irgendwie erfahren wir ja was im Spiel, dann wissen wir doch nicht viel mehr. Wir haben Elsa nicht getötet, oder? Nee. Nee, das haben wir nicht. Hoffe ich. Wir sehen uns, bis dann und tschüss.